Danke, haben wir in unserer Kampagne unerhört als Diakonie gesagt. Danke, Ihr Alltagshelden. Der 12. Mai ist der internationale Tag der Pflege. Die Corona-Krise hat noch einmal überdeutlich gemacht, wie wichtig der Pflegeberuf ist. Wie gut, dass es in den Krankenhäusern und in den Altenpflegeheimen längst eine hohe Wertschätzung gibt. Aber auch in der Öffentlichkeit ist das inzwischen angekommen. In den Kommentaren der Zeitungen beim Applaus auf den Balkonen und auch im Deutschen Bundestag. Klatschen ist gut. Ein zukunftsfähiger Umbau der Pflegeversicherung ist besser. Diese Alltagsheldinnen, die sich mit großem Aufwand um unsere Schwachen und Alten kümmern, müssen jetzt auf Dauer mehr bekommen. Gute Pflege ist nicht nur kostbar, sondern auch teuer. Einmalige Zahlungen wie eine steuerfreie Prämie sind ein schönes Signal. Aber auf Dauer reicht das nicht. Wir brauchen weiterhin gutes und engagiertes Personal. Dafür bleibt eine anständige Bezahlung für alle in der Pflege Beschäftigten die Voraussetzungen. Immer mehr Menschen werden immer älter und es gibt immer weniger Pflegerinnen und Pfleger. Auf diese Jahrhundertherausforderung für unsere Gesellschaft wollen wir zum Tag der Pflege hinweisen. Danke, Ihr Alltagsheldinnen. Danke, ihr Alltagsheldinnen. Untertitelung des ZDF, 2020